Obwohl sie ihre Witwenkleider trug, sah ich, dass sie, die dich in ihren Armen wiegte, Ionna war. Erinnerst du dich noch an den Ginster, Patricio? Wenn er blühte, waren die Hügel golden, als würden sie von einer zweiten Sonne beleuchtet. Ein Büschel zerdrückte Thymianzweige, ein Butterkuchen und ein Löffel heller Honig. Ganz gleich, wo du bist, mein gesegneter Zweitgeborener, wenn du diese Dinge finden kannst, ergibt sich aus allem zusammen der Duft des Ginsters. Atme ihn ein, Patricio. Dann erinnerst du dich an deine Mutter, als sie am glücklichsten war, an deinen Bruder, als er gesund und fidel war, und an die alte Iota und an Ionna, die Zwillingsschwestern, die dich in deinen ersten beiden Lebensjahren im Arm hielten, als seist du ihr eigener Gesegneter. An deinen Vater wirst du dich nicht erinnern, er war nämlich bereits weit weg. Nicht mir oder der alten Iota, sondern einem Metzger hatte Charles vor seiner Abreise einen Geldbetrag anvertraut, demjenigen, dem das Zimmer über der Metzgerei gehörte, der das Ehesakrament miterlebt hatte und dessen Gestank nach saurer Hefe und ungewaschenen Füßen ich noch in der Nase habe. Dieser Mann, der vom Fleisch der von ihm verkauften Tiere rund und weich geworden war, sollte, nur weil er lesen und schreiben konnte, mein Portemonnaie verwalten.